Wenn er in den Ring steigt, trifft Eleganz auf Effizienz. Er ist einer von nur zwei deutschstämmigen Titelträgern in der WWE-Historie. Zusammen mit seinen Partnern Gunter und Giovanni Vinci etabliert er sich bei SmackDown immer weiter. Die Rede ist von Ludwig Kaiser, dem langjährigen WXW-Star. Dort war er bekannt als Axel Dieter Junior. Wir schauen heute hinter die Kulissen in das Real Life dieses WWE-Superstars. Ludwig Kaiser wird am 8. Juli 1990 als Marcel Bartel in Pinneberg in einer Stadt in Schleswig-Holstein geboren. Er ist das jüngste von insgesamt sechs Kindern. Sein Vater ist die deutsche Catcher-Legende Axel Dieter Senior. Er hatte großen Einfluss auf Kaisers Entwicklung. Als Ludwig Kaiser 13 Jahre alt ist, zieht die Familie nach Hannover. Dort bekommt er immer mehr Einblicke in das Wrestling-Geschäft. Weil er eigentlich noch zu jung ist, um legal zuzuschauen, schmuggelt ihn sein Vater hinter die Kulissen. Für die Ausbildung zum Berufsringer ist Kaiser ebenfalls noch zu jung. Deshalb beginnt er schon im Alter von neun Jahren mit Amateurboxen. Dort gelingt ihm schnell auch der Gewinn der Norddeutschen Meisterschaft. Mit 15 Jahren startet er ins Amateurringen und trainiert fleißig, um eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten zu können. Als er älter wird, beginnt er in Hamburg das erste Mal mit Wrestling-Training. Zweimal pro Woche pendelt er zwischen Hannover und Hamburg. Kaiser macht seinen Realschulabschluss in Hannover. Mit 18 zieht es ihn dann endgültig nach Hamburg. Er will Wrestler werden. Die Ausbildung zum Wrestler treibt er voran. Da er in Hamburg noch keine Wohnung hat, schläft er in den ersten Wochen auf einer Matte unter dem Ring seiner Trainingsschule. Am 1. März 2008 feiert der Hamburger sein Debüt gegen Damek, mit dem er auch in den folgenden Jahren noch oft zusammen in den Ring steigen wird. In einem Interview aus dem Jahr 2015 beschreibt Kaiser Damek als großen Bruder. Damek ist ja auch Teil des Spotfight-Podcast-Teams und spricht sehr wertschätzend über Ludwig Kaiser bzw. seinen Freund Marcel. Während Kaisers Zeit in Hamburg macht der heute 32-Jährige eine Ausbildung zum Bürokaufmann bei der Otto-Unternehmensgruppe. Parallel tourt er an den Wochenenden immer wieder quer durch Deutschland. Seine Chefs dort zeigten sich verständnisvoll gegenüber seiner Wrestling-Tätigkeit. 2015 verliert Kaiser seinen Vater nach langer Krankheit. Den Wechsel seines Sohnes zur WWE erlebt Axel Dieter Senior leider nicht mehr. Dennoch prägt sein Vater Kaiser bis heute. Er verehrt die Leistungen von Axel Dieter als Berufsringer und kämpfte viele Jahre unter dem Ringnamen Axel Dieter Junior in den Ligen überall in Europa. Auch der Spruch, die Mathe ist heilig, den Kaiser und Imperium seit vielen Jahren nutzen, hat er von seinem Vater übernommen. Zwei Jahre später unterschreibt der Hamburger einen Ausbildungsvertrag beim Marktführer WWE. An seinem ersten Arbeitstag Ende Mai 2017 lernt er im Performance Center Giovanni Vinci kennen. Für seine Ausbildung in der Nachwuchsabteilung der WWE zieht Kaiser nach Orlando in Florida. Heute wohnt er dort in einem Apartmentkomplex, in dem auch die Wohnung von seinem langjährigen Freund Gunther untergebracht ist. Giovanni Vinci wohnt nur zwei Minuten Fußweg von den beiden entfernt. Gunther und Giovanni Vinci zählen dementsprechend zum engsten Freundeskreis von Ludwig Kaiser. Für das Trio ist diese deutschsprachige Blase ein Rückzugsort. Kaiser erzählt in einem Interview, dass er auch in den USA weiterhin deutsches Fernsehen verfolgt. Er hört natürlich noch immer deutsche Musik, zu seinen weiteren musikalischen Favoriten gehören ACDC, Metallica sowie Guns N' Roses. Wenn er nicht zu Hause in Orlando verweilt, sondern mit der WWE durch die Welt tourt, verbringt er seine Zeit am liebsten im Fitnessstudio. Das Training hat für ihn große Priorität, auf seinen Kanälen, in den sozialen Medien veröffentlicht er regelmäßig Bilder und Videos von seinen Trainingseinheiten und körperlichen Fortschritten. Zu seinen Lieblingsorten zählen neben seiner Hamburger Heimat auch die österreichische Hauptstadt Wien. In einem Interview mit einer Wiener Zeitung im Rahmen von NXT Takeover Blackpool 2 im Januar 2020 erwähnt er unter anderem die schönen Frauen und das gute Essen, das Wien zu bieten hat. Vielen Dank, dass ihr hier bei diesem Video mit dabei wart und bis spätestens zum nächsten. Haut rein. Ciao, ciao.